Hallo meine lieben Ameisenfreunde, in dem Video seht ihr jetzt was passiert wenn die Pleometrose fehlgeschlagen ist, denn wie ihr jetzt schön im Video seht sind beide Lasius Niger Königinnen tot. Also das ist durchaus ein Risiko das ihr habt wenn ihr jetzt bei einer streng monogynen Art versucht die Pleometrose gründen zu lassen. Also kann halt immer was schief gehen. Jetzt ist natürlich die Frage was mache ich mit der Kolonie. Also ich werde sie erstmal weiter versorgen und vielleicht finde ich ja eine sozialparasitäre Lasius Art zum Beispiel Lasius Umbratus und da kann ich dann versuchen die Königin dann mit dieser weiselosen Kolonie dann gründen zu lassen. Das war es dann wieder von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Das war es dann wieder von mir.